Moin Leute, hier ist der Weiden, heute mal mit einem etwas anderem Video. Und zwar haben wir ein wenig Hardware von Linecast zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar haben wir da einmal das Conker Mousepad, die LM60. Wir haben das LX55 Headset und die LK300 Pro. Die werden wir euch ein bisschen in dem Video näher bringen. Ich werde es in zwei Teile bringen. Das Video einmal mit der Maus und dem Mauspad und einmal mit dem Headset und der Tastatur. Anfangen tun wir mit dem Mauspad und der Maus. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination. Und wir switchen einfach mal fix die Szene, damit wir euch das ein wenig näher bringen können. So, hier auch in der Szene angekommen. Ich hoffe, man kann das soweit alles ganz gut erkennen. Haben wir einmal die LM60 einmal hier fix für euch vorbereitet. Ich werde sie auch einmal ganz kurz auf den Tisch stellen, damit man es auch ein bisschen besser sehen kann. Und einmal das Conker Mousepad. Das ist die XXL Variante. Denn ich bin allgemein immer ein großer Fan von XXL Mauspads. Und probiere euch das jetzt ein wenig näher zu bringen. Wir werden anfangen mit dem Mauspad. Denn ohne vernünftiges Mauspad können wir natürlich auch nicht die Maus bedienen. Und ich habe es natürlich schon alles soweit vorbereitet. Ich habe es schon aufgeschnitten. Pipapo. Also, da haben wir jetzt auch gar keine Schmerze, wenn wir das auspacken. Wir legen die Verpackung hier einfach mal beiseite. Denn die brauchen wir jetzt erstmal vorläufig nicht. Und rollen den Teppich aus quasi. Und sehen einen etwas anderen Schnitt als gewöhnlich. Ich habe es natürlich auch nochmal im Hintergrund offen, um euch den Schnitt natürlich dann etwas näher zu bringen. So. Das ist das Mauspad. Hat eine Breite von 795 mm. Eine Länge von 345 mm. Und eine Höhe von 2 mm. Könnt ihr natürlich auch nochmal alles auf der Seite nachlesen. Gefällt mir vom Schnitt her außergewöhnlich gut. Denn man hat hier wirklich super Platz. Ihr seht hier vielleicht diese kleine Einkerbe. Man hat hier wirklich Platz für seine Tastatur, die man hier rauflegen kann. Werde ich im nächsten Video euch nochmal zeigen. Mit der dementsprechenden Tastatur dazu. Und hier kann man dann natürlich seine Maus rauflegen und loslegen. Unten ist natürlich hier auch noch das Linecast-Logo verlinkt. Oder als Logo zu sehen. Gefällt mir sehr gut. Ist schlicht. Ist weich. Und vor allen Dingen, es riecht nicht nach Chemie, wenn man es auspackt. Also zumindest in meinem Fall des Mauspads war es definitiv so. Es hat nicht nach Chemie gerochen. Und das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Denn ich hatte leider schon Mauspads gehabt. Die haben so 15 Euro gekostet. Und die haben so dermaßen nach Chemie gerochen. Da hat das ganze Zimmer nach gerochen. Und das war sehr unangenehm. Viel mehr gibt es eigentlich zum Mauspad nicht zu sagen. Es ist sehr weich. Es ist eher ein Speed-Mauspad. Also ich würde es eher als Speed-Mauspad deklarieren. Die Maus ist auf jeden Fall angenehm schnell da drauf. Und man hat trotzdem meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Kontrolle auf dem Mauspad. Ich denke, es ist auch waschmaschinentauglich. Es ist hier unten leicht gummiert. Also wenn man es in eine Waschmaschine täte, sollte man es halt natürlich nicht auf 60 Grad waschen, sondern vielleicht ein bisschen niedriger. Aber an und für sich habe ich da keine schlechten Erfahrungen mitgemacht, wenn man Mauspads in die Waschmaschine tut. Das sollte man aber vorher vielleicht nochmal irgendwie überprüfen. Aber ich habe das in der Vergangenheit immer so gehandhabt und hatte damit absolut gar keine Probleme. Ich kann euch das auch ganz kurz mal zeigen, wenn man hier seine Maus raufpackt oder seine Tastatur. Packen wir hier mal rauf. Dann hat man hier so eine Einkerbe und hat hier noch genug Freiheiten, um seine Maus ohne Probleme zu bedienen. Ich zeige euch das jetzt mal hier. So, das passt wunderprächtig. Und es sieht natürlich auf dem Tisch halt auch immer tadellos aus. So, das zeige ich jetzt mal. Gut, nun haben wir aber noch die Lioncast LM60. Ich sag mal, ist ja so mehr oder weniger Datei leid. Zu einem Mauspad kann man meiner Meinung nach immer relativ wenig sagen. Es fühlt sich gut an. Muss ich auch sagen, nochmal zurück zum Mauspad. Es fühlt sich relativ weich. Also man kann hier auch ohne Probleme seine Ellenbogen raufmachen, ohne dass man nach ein paar Minuten oder vielleicht auch Stunden irgendwie Ellenbogenschmerzen hat. Also es ist wirklich sehr angenehm weich und fühlt sich auch hochwertig an. Wichtig bei dem Mauspad sei noch gesagt, es ist versäumt. Das kann ich euch auch nochmal nicht zeigen. Es ist vernäht an der Seite. Also, falls jemand, so wie ich, mal in der Vergangenheit ein Problem hatte, er hat sich ein Mauspad geholt und hat den hier manchmal so mit seinem Pullover, wenn man hier so die Maus irgendwie so bewegt, rüber geschabt, dann wird der Stoff sich hier nicht abreiben, sondern es ist hier wirklich halt 1a vernäht. Und hat man dann auch wirklich keine Probleme, dass die Nähte sich hier abnutzen oder vielleicht das Mauspad vielleicht kaputt geht. Soll halt nur mal gesagt sein. Falls ihr natürlich zum Mauspad natürlich Fragen habt, könnt ihr die natürlich einfach unten in die Kommentare schreiben. Und ich werde sie euch so gut es geht halt beantworten. Preis-Leistungstechnisch liegt das Mauspad bei 19 Euro, beziehungsweise 1995. Das ist, finde ich, ein vernünftiger Preis. Es ist nicht zu viel. Ist auch meiner Meinung nach jetzt nicht zu wenig. Es ist völlig in Ordnung, meiner Meinung nach, für diese Qualität, was es an den Tag legt und kann euch das halt wirklich wärmstens an den Herzen legen. Falls ihr euch mal überlegt habt, Mensch, ich hatte vor, in der Vergangenheit, mir mal ein Mauspad zu holen, war mir da aber ein bisschen unsicher. Wichtig sei noch gesagt, solltet ihr eine sehr große Tastatur besitzen, dann müsst ihr aufpassen, dass es mit der Einkerbe hier quasi funktioniert. Wie weit diese Einkerbe jetzt hier ist, kann ich euch schlecht sagen. Aber ich sag mal, eine LK300 von Lioncast passt hier ohne Probleme rauf. Bei einer G910, die dann ein bisschen breiter ist, da wird es dann schon ein bisschen eng. Also da müsst ihr dann gucken, ob das mit eurer Tastatur halt passt. Das sei nur dahin mal gesagt. Gut. Nun kommen wir aber zur LM60, dem Schmuckstück quasi, oder dem Highlight quasi des heutigen Videos. Und da haben wir einmal die Verpackung. Die finde ich allgemein schon relativ hochwertig. Das ist so eine Art, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ja, Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie man das nennt. Aber es ist auf jeden Fall sehr weich. Wirkt auf jeden Fall schon mal, auf den ersten Blick wirkt es auf jeden Fall schon mal sehr hochwertig. Aber das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann holen wir hier den Styropor mal. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein weiches Styropor irgendwie. Ist aber sehr angenehm. Also die Maus ist da drin halt auch wirklich geschützt. Dann haben wir hier die gute Maus. Und hier oben ist das Kabel drin. Was wir natürlich zum Verbinden brauchen, ist natürlich eine Kabelmaus. Und das holen wir hier mal raus. Schwuppdiwupp. Ist natürlich normalerweise ein bisschen hübscher eingepackt. Ich habe das Video jetzt schon das zweite Mal aufgenommen, weil ich beim ersten Mal nicht auf Play gedrückt habe. So. Und hier haben wir nochmal die Verpackung. Ansonsten ist hier nicht wirklich was drin. Hier haben wir noch so einen Eingriff für die Maus, dass die Maus da auch gut drin sitzt. Und hier haben wir noch einen kleinen Zettel. Den können wir uns ja auch ganz kurz mal zu Gemüte führen. Be part of game. Lioncast.com Und dann steht hier noch Please download your Software hier. Okay. Hier haben wir natürlich schon fachmännisch vorbereitet. Wir sind ja Profis. Und das habe ich natürlich schon alles vorbereitet, damit wir das jetzt nicht im Nachgang machen müssen. So. Das stöpseln wir einfach mal ran. Einfach mal herangestöpselt. Ihr seht, ich hatte die Maus schon mal dran. Denn meine Maus leuchtet schon in verschiedenen Farben. Und das ganze, das gute Stück sieht dann nämlich so aus. Im Regelfall sieht das Ganze nämlich, wenn man die das erste Mal anmacht und die Software funktioniert, sieht das Ganze nämlich rot aus. Das ist aber kein Problem. Das können wir ganz einfach simultan machen. Nämlich dann sieht die so aus. Sie ist rot und hat an der Seite drei Streifen. Wenn ihr euch fragt, wofür sind diese drei Striche hier an der Seite. Das sind die einzelnen Profile der Maus. Und wenn man auf den mittleren Knopf drückt, hier oben, dann werdet ihr auch sehen, dass es immer weniger Striche werden. Oder halt mehr. Da kann man dann seine Profile quasi einstellen, wie man möchte. Beispielsweise Shooter braucht man vielleicht eine etwas höhere DPI-Zahl. Bei MOBA-Games vielleicht ein bisschen weniger. Und bei Roleplay-Games vielleicht noch weniger oder mehr. Je nachdem. Die Maus hat insgesamt... Wir zählen dann einfach mal durch. Wir haben eine Rechtsklick-Taste, eine Linksklick-Taste, eine mittlere Maustaste. Und natürlich von Mausrad, eine mittlere DPI-Taste. Dann haben wir hier noch eine. Also eine Seitentaste, eine zweite Seitentaste und eine dritte Seitentaste. Und insgesamt sieht das dann nämlich so aus. Das zeige ich euch auch mal. Insgesamt sieht das dann nämlich so aus, dass wir sieben Tasten haben. Verzeihung. Sieben Tasten hat die Maus. Und man kann sie sich auch hier individuell konfigurieren. Wenn jemand sagt, nee, ich klicke statt links lieber mit rechts, kann man das hier ohne Probleme machen. Und dann switcht man einfach die Tasten durch. Man kann sich auch Makros für die Tastatur, für die Maus erstellen. Das ist gar kein Problem. Da wählt man einfach eine beliebige Taste aus, die man vielleicht nicht unbedingt braucht. Beispielsweise die Sieben-Taste. Das ist die vordere Taste, die ich eben schon mal erwähnt hatte. Und da kann man hier zum Beispiel eine Makro-Taste einbauen. Makros kann man auch ohne Probleme erstellen. Einfach hier hinten. Und da kann man einfach recorden. Da hat man die Taste und sie dann einfach hier vorne laden. Gar kein Problem. Funktioniert tadellos. Ich nutze meistens keine Makros. Deswegen ist es für mich unrelevant. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Spieler da draußen, der sowas nutzt. Und da ist es dann schon ganz hilfreich. Was gibt es hier noch einzustellen? Wie gesagt, hier die DPI-Zahl. Das ist jetzt für mein Empfinden eingestellt. Ich mache meistens mit 400 DPI rum, im Allgemeinen, ob es jetzt Shooter sind oder nicht. Meistens ist es bei mir 400 DPI. Da fühle ich mich wohl mit und damit spiele ich auch am liebsten. Ich habe jetzt nochmal Profil 2 eingegeben. Und jetzt werdet ihr auch gleich sehen, dass es hier sich hoffentlich weiß verfärbt. Ich weiß nicht, ich habe es nicht getestet. Also jetzt haben wir eigentlich Profil 2. Wir gehen jetzt einfach mal kurz hier. Dann haben wir jetzt die 550 DPI. Drücke ich nochmal auf den Knopf. Und wir haben drei Striche. Dann haben wir die 800 DPI. Ganz einfach. Zeige ich auch nochmal hier. Die drei Striche sind die 800 DPI. Der eine Strich sind die 400 DPI. Und die zwei Striche sind die 550 DPI. Also alles ganz normal. Finde ich ganz cool gemacht, dass man halt sieht, okay, Wirtschaftsprofil ist gerade geladen. Muss man sich dann halt natürlich merken. Und dann passt es ganz gut. Allgemein von der Form, von der Optik der Maus gibt es absolut meiner Meinung nach nichts zu bemängeln. Die sieht hübsch aus. Man hat hier eine schöne Unterbodenbeleuchtung. Dieser rote Strich. Der zieht sich einmal um die komplette Maus. Probiere ich euch auch mal so ein bisschen nahe zu bringen. Selbst vorne ist der rote Strich auch noch da. Wunderbar. Und wie gesagt, farblich kann man die sich natürlich einstellen, wie man gerne möchte. Die liegt wirklich gut in der Hand. Und vor allen Dingen, man hat hier an der Seite so einen Gripstrip. Gripstrip nenne ich es immer. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Aber da hat man dann für seinen Daumen eine gute Ablage. Will ich euch auch gleich nochmal, oder werde ich euch jetzt einfach nochmal im Großformat zeigen. Und präsentiere ich euch jetzt hier mal. Und es wird steht dann nochmal ganz kurz die Szene. Wunderbar. Haben wir gemacht. Und zwar hier. Also man hat hier wirklich so einen Gripstreifen, wo man seinen Daumen ablegen kann. Das hat man tatsache auf der anderen Seite genauso. Also auch auf der Seite hat man das eins zu eins genauso. Für den kleinen Finger und für den Daumen. Finde ich sehr angenehm. Denn im Sommer ist es ja doch ein bisschen wärmer. Und ich hatte Vergangenheit bei meiner Maus oft die Sache, wenn man am Daumen im Sommer ein bisschen geschwitzt hat, hat sich das Gummi abgerieben. Und das ist ein bisschen blöd. Und das finde ich eigentlich wirklich top gelöst. Dass man da an der Seite so einen extra Gripstreifen, wie gesagt, ich weiß nicht wie es genau heißt, eingebaut hat. Und dass man da halt, ja, dass man da nicht so einen Abrieb hat. Ich kann euch hier nochmal die Maus ein bisschen größer zeigen. So sieht die Maus halt komplett aus. Hier ist, wie gesagt, dieser mittlere Knopf ist halt für die DPI-Zahlen. Und hier seht ihr auch nochmal die einzelnen Profile. Erste Striche ist Profil 1, zweite ist 2 und drei ist 3. Und hier haben wir die Taste 7. Hier kann man sich natürlich belegen. Da muss ich aber dazu sagen, also ich komme an die Taste 7 mit meinen Daumen ein bisschen schwer ran. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht so eine große Kralle habe. Aber ich sag jetzt mal, also ich sag jetzt mal, das ist meine Hand. Das ist meine Hand und das ist meine Maus. Also das ist jetzt die Lioncast-Maus. Also ich komme da wirklich relativ schlecht ran. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass die Maus unfassbar gut in der Hand liegt. Also sie liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Aber an dieser Taste, wenn man jetzt mal guckt, die Taste ist jetzt hier. Da komme ich mit meinem Daumen ein bisschen schlecht ran. Also entweder habe ich einfach einen Wurstdaumen. Oder der ist halt ein bisschen weit vorne, muss man auch mal dazu erwähnen. Die Maus kostet knapp 70 Euro. Finde ich es aber für diesen Preis, also ist definitiv okay. Es hat einen optischen Sensor logischerweise. Ich kenne mich mit diesen ganzen Sensoren auch nicht aus. Könnt ihr aber natürlich gerne nochmal auf der Seite nachlesen. Oder ich probiere es euch, so gut es geht, in den Kommentaren zu antworten. Da kann ich euch natürlich bestenfalls immer ein bisschen helfen. Die Maus hat halt bis 16.000 dBi, kann man die Maus einstellen. Ist für meine Verhältnisse einfach viel zu viel. Ich nutze keine 16.000 dBi, aber ist ja schön. Man nimmt ja mit, was man hat. Und daher ist es okay. Vielleicht für denjenigen, den Sensoren und dergleichen interessieren. Es ist ein PixArt-Sensor, PMW 3389-Sensor. Für denjenigen, der da vielleicht wirklich drauf Wert legt. Und ich kenne mich damit jetzt nicht wirklich aus. Muss ich jetzt auch mal zu meiner Schande gestehen. Aber ich kann sagen, ich kenne mich allgemein so mit Mäusen vielleicht jetzt nicht ganz so gut aus. Aber ich kann euch sagen, dass die unfassbar gut in der Hand liegt. Und das ist für mich als Spieler eigentlich somit das Wichtigste, dass ich, wenn ich eine Maus in der Hand habe, die muss mir von der Handhabe her, von der Form, muss sie mir einfach gefallen. Und das tut die Maus definitiv. Von der Optik her kann man auch nicht meckern. Wie gesagt, da sind wir jetzt noch gar nicht wirklich drauf eingegangen. Bei der Optik. Das werden wir jetzt aber gleich mal noch nachholen. Und zwar können wir auch hier die Profile ändern. Dann ändert sich natürlich auch dementsprechend die Farbe. Wenn er es übernimmt. Ja doch, übernimmt er. Jetzt haben wir zum Beispiel Wave drin. Das sieht man ganz gut hinten am Logo. Dann geht das Logo immer an und aus. Das können wir auch machen mit Puls beispielsweise. Wir lassen mal die Profile ein bisschen durchlaufen. Dann habt ihr einen Aufblinken. Oder man kann auch ganz normal, also mein Lieblingswert ist halt Color Flow. Das liegt einfach daran, dass mir das am besten gefällt. Immer auch mal schöne verschiedene Farben zu haben. Und das ist wunderprächtig. So Software kann man eigentlich wirklich nichts Negatives sagen. Sie ist halt auf Englisch. Also das ist vielleicht auch noch ganz interessant für den einen oder anderen. Aber es ist jetzt kein hochwertiges Englisch, wo man jetzt sagt so, wow, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Das sind einfache Begriffe. Da glaube ich, damit kommt jeder zurecht. Das ist jetzt kein wirklich super krasses Hochenglisch oder whatever. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und an sich, wie gesagt, also definitiv, ich gebe der Maus definitiv Pluspunkte für die Optik. Definitiv. Also das mit dem Strich unten finde ich halt wirklich cool gemacht. Auch das mit den Profilen. Wenn man hier die Knöpfchen drückt, dass sich da das an der Seite ändert. Von der Passform vor die Hand finde ich sie wirklich gut gelöst. Wie gesagt, ich habe eine relativ kleine Hand. Muss man dazu sagen, finde ich super. Ein negativer Punkt, beziehungsweise zwei negative Punkte. Ist auf jeden Fall der Schalter hier vorne. Da komme ich mit einem Daumen nicht ran. Das liegt vielleicht an meinem Daumen, weil der einfach zu klein ist. Weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Möchte ich jetzt nicht einfach so pauschalisieren. Aber ich komme an diese Taste halt nicht ran. Und das Mausrad geht relativ schwergängig. Geht ein bisschen schwergängig. Das ist aber vielleicht auch Geschmackssache. Also für meinen Ticken ist es ein bisschen zu schwer. Aber es ist jetzt auch nicht was, wo man sagt, das ist jetzt unfassbar störend. Weil man hat eigentlich eine ganz gute Kontrolle über das Mausrad. Muss man dann auch wieder sagen. Das macht es ganz gut. Wenn ich jetzt mal das so vergleiche mit einer anderen Maus, hast du einfach eine bessere Kontrolle, wenn man runterscrollt. Tatsache. Als wenn man das jetzt mit einer anderen Maus macht, wo das ein bisschen leichter geht. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Ist aber vielleicht Geschmackssache oder vielleicht für mich einfach ungewohnt. Gut. Haben wir das auch mit der Software auf jeden Fall für euch. Ich hoffe, ich konnte euch da die Software ein bisschen näher bringen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Gut. Wie gesagt, Pluspunkte gibt es auf jeden Fall von der Optik, von der Passform, für die Hände, also zumindest für meine Hand, ist sie wirklich optimal. Negativpunkt war halt, wie gesagt, wirklich der Knopf, der ein bisschen schweckig geht. Pluspunkt ist auch noch wirklich, dass sie unten sehr breite Mausfüßchen hat. Also ihr seht hier oben, also bis hier zu meinem Finger, ist der obere Mausfuß. Und na gut, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich gut. Und die unteren Füße sind auch sehr breit. Es hat für dich immer einen sehr guten Vorteil, dass sie sich nicht so schnell abreiben. Und man muss sich nicht alle zwei Monate neue Mausfüßchen kaufen. Und ja, es gibt vielleicht Leute, die haben sich noch nie Mausfüße gekauft. Aber ich kann euch mal sagen, wenn ihr mal unter eure Maus guckt, da werdet ihr sehen, was ich meine. Dass ihr denn stellenweise einfach nur noch auf dem Plastik rutscht. Und dann hast du natürlich auch nicht mehr so ein so schones Wohlfühlgefühl, wenn du über deine Maus geleitest, mit deiner Maus. Deswegen immer mal gucken. Ansonsten ist sie wirklich hübsch. Gefällt mir wirklich gut. Kann ich jeden ans Herz legen. Wie gesagt, kostet 69,95. Ist, denke ich, ein fairer Preis. Da braucht man sich, glaube ich, auch nicht vor der Konkurrenz verstecken. Und das ist wirklich nur so ein paar Maus. Also für mich gibt es da definitiv eine Kaufempfehlung. Und ich bedanke mich natürlich auch fürs Zusehen, ihr Lieben. Würde mich freuen, wenn ihr noch den zweiten Part schaut. Und zwar, da haben wir denn das LX55 und die LK300 Pro. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da noch reinschaut. Ich wünsche euch, falls nicht, einen wunderschönen Abend. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Binsch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020